Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ähm, was heißt neue Folge, zu einem neuen Wochencheckup. Siddki hat mir das hier zugeschickt aus dem Forum, so sieht der Original-Thread hier aus. Der Nevio hat das Ganze hier veröffentlicht. Ähm, und zwar ist das sozusagen, ähm, einfach nur ein Tool, beziehungsweise einfach nur ausgerechnet halt mit den ganzen Formeln, ähm, ob die richtig sind, ja gut, sie scheinen richtig zu sein, na. Ähm, genau. Und ja, das ist, äh, relativ interessant, denn hier werden die Maximalwerte angezeigt, ja, die Items haben können bei gewisser Stufe und Aura. Und zwar ist es einmal mit Aura 66 auf 350 und mit Aura 33 auf Level 350 ausgerechnet worden. Und das hier sind die Maximalwerte bei beiden, na, mehr geht also sozusagen nicht. Und, ähm, ja, es sind halt verschiedene Formeln, aber ich glaube, es ist immer die gleiche Formel, nicht? Ähm, nur das, was hinten multipliziert wird, ist anders, oder? Doch, Aura mal Hexe, plus Aura mal Hexe, plus Aura mal Hexe, 4, Level plus 4, ja. So, genau, scheint, genau, die Formel ist immer gleich, nur das, was am Ende noch multipliziert, also die Klammer ist immer gleich, ähm, nur das, was am Ende multipliziert wird, ist anders, bei Waffenschaden, Rüstung, bei Attribute. Äh, ist auf jeden Fall echt recht interessant, ähm, was so das Maximale ist. Natürlich gibt es ein richtiges Maximum nicht, weil das Level in der Formel ist, somit ist das Level entscheidend, ja, weil wenn du 351 bist, ist das Maximum natürlich wieder um ein bisschen was höher, müsste man dann halt neu ausrechnen, logischerweise. Ähm, ja, aber es ist echt interessant, also bei Aura 66 auf 350 ist beim Krieger 1.104 Waffenschaden das Maximale, das ist schon heftig. Wenn ihr es jetzt hier mal anschaut, ähm, ist 25, wie viel habe ich denn da? 768, ja, das heißt, da können noch gut 400 drauf, wenn ich 350 bin, aber bis dahin werde ich safe nicht Aura 66 haben, das ist unmöglich. Ähm, ja, Moment mal, da oben hat er es ja noch ausgerechnet, ne? Aura Cap erreicht mit Standard-Standart-Items, ja, also das Maximale an Aura 6,4 Jahre, mit Epics kostet's, ja gut, logischerweise die Hälfte der Zeit, 3,2 Jahre und Extrakosten mit Epics mal 50 Mal pro Epic blättern müsste 2.110 Euro würde das kosten, Aura 66 in 3 Jahren zwar reichen. Ähm, also sozusagen, wenn du wirklich jeden Tag ein Epic hat rein wirst, ja, ähm, kostet das 2.100 Euro und, ähm, ja gut, dann hast du halt auch 66, alter Schwede, ähm, erreicht das Level bei Epic Aura Cap, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, was er damit meint, ähm, erreicht das Level bei Epic Aura Cap, das kann er doch gar nicht sagen, ob man da 350 ist, oder? Ich meine, man kann ja theoretisch auch jeden Tag ein Epic reinwerfen und einfach keine Alu spielen. Hat ja nicht unbedingt was miteinander zu tun. Naja, ist ja auch egal, ähm, Standard-Aura bei Epic Aura Cap 33, okay, ja, so 100%ig verstehe ich das jetzt auch nicht. Ah, nicht alles, muss ich ehrlich gesagt zugeben, ähm, ich hab mir das gerade jetzt auch nur 5 Minuten angeschaut, dann direkt hier auf Aufnahme gedrückt, ich hab auch keine Lust mehr, das ehrlich gesagt, jetzt 5 Stunden lang anzuschauen und erklären zu lassen, ähm, ja, jedenfalls ist das recht interessant, was halt so die Maximalsachen sind, hier Krieger, Kundschaft, Magier, kann man sich mal anschauen, also den Forum, äh, Fred, den haue ich euch unten rein in meinen Kommentar, dann könnt ihr euch das Ganze ja selbst mal anschauen, äh, ja, jedenfalls, ähm, nicht schlecht, ja, auf jeden Fall, und, ja, kann man auf jeden Fall mal lassen, wobei, Moment mal, ähm, ist das hier bei Rüstung eigentlich, äh, ach, ist das pro Item, ah, okay, natürlich, ja gut, das ist aber eh voll der Schwachsinn, weil hier beim Krieger zum Beispiel, wenn ein, also wenn alle deine Items, wo Rüstung bringen können, ja, ähm, 8.000 bringen, dann brauchst du eigentlich nur 3 Items damit, dann kannst du nur Helm, Rüstung, Handschuhe mit 8.000 haben, dann bist du eh schon bei Maximalrüstung, dann kann das andere von, ähm, Sinn her auch einfach eine Rüstung haben, weil es keinen Unterschied machen würde, ja, soweit du die 20.000 erreicht hast, also ist das sowieso eigentlich ziemlich unwichtig, genauso bei Magier und Kundschafter, äh, ja, ist auf jeden Fall auch mal gut zu wissen, Moment mal, 20.000, wie viel hat denn mein Krieger? Ja, 22.869 hat tatsächlich, also bei mir ist schon Maximum erreicht, na gut, steht ja auch da, ja, aber nochmal in Zahlen ausgedrückt ist das, ich hasse es, wenn irgendwas in Prozent ausgedrückt ist, ich finde, da kann man sich so schlecht was drunter vorstellen, jetzt bei 20.000 habe ich jetzt den genauen Wert, und wenn der erreicht ist, dann ist der Rest der Rüstung egal, das heißt, ich bin jetzt 2.800er drüber, das heißt, ich müsste jetzt tatsächlich, wenn ich jetzt nochmal ein schlechtes Rüstungs-Item bekommen würde, müsste ich, also solange es jetzt nicht nur 1.000 Rüstung hätte, müsste ich eigentlich gar nicht auf die Rüstung achten, weil sie dann sehr wahrscheinlich immer noch bei 20.000 wäre, ja, ist auf jeden Fall auch hilfreich, sowas mal zu wissen, also es ist durchaus, ähm, also was heißt zu wissen, in Zahlen ausgedrückt mehr zu haben, ja, einfach mal was anderes als diese dämlichen Prozente, und, ja, also wer sich das Ganze noch genauer anschauen will, den Skill-Rechner, äh, beziehungsweise Skill-Rechner, ja, ähm, diese Sachen hier, äh, mit dem Werte eintragen, das könnt ihr da machen, ja, da müsst ihr das Ganze, ähm, öffnen, dann aber hier unten ist auch erklärt, auf Bearbeiten klicken, und dann kann man das Ganze machen, ich mache das jetzt natürlich, äh, nicht, äh, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt dauern würde, bis ich das mal checke, na, wahrscheinlich werden auch 5 Fehler, aber, ja, kann man auf jeden Fall mal machen, wobei es mir eigentlich relativ egal ist, was das Maximum ist, weil es bringt dir eigentlich gar nichts, das zu wissen, weil ich meine, selbst wenn du weißt, dass dein Maximum jetzt, hier ist ja ein Beispiel angegeben, selbst wenn du jetzt weißt, dass dein Maximum, wo sind 3er Epics, ähm, ach hier, 550 ist, und du ziehst eins mit 538 aus dem Hut, ja, oder besser gesagt aus dem Laden, dann denkst du dir auch so, hm, ja gut, ich weiß, es könnte 12 besser sein, aber habe ich deswegen Lust, 300 Pilze mehr auszugeben? Nein, habe ich nicht, und deswegen kaufe ich es. Also, es ist nicht schlecht zu wissen, ja, auf jeden Fall die eigenen Sachen, also wen es interessiert, auf jeden Fall nicht schlecht zu wissen, aber mir persönlich ist es jetzt nicht so ultra wichtig, muss ich sagen, also, ich kann darauf ganz gut verzichten, weil ich meine, es verändert ja nichts an den Epics, die ich ziehe, ja, und, ja gut, weil das einzige, was halt wirklich nützlich wäre, ähm, ist, um, einem Top-Spieler beispielsweise, anzuschauen, um zu, äh, um zu schauen, ob der wirklich top aktuelle Epics hat, das ist das eine, und halt, äh, dass wenn man wirklich so ein richtiger Hardcore-Pilz am Blätter ist, dass man halt weiß, okay, wenn ich jetzt 549, 48, 47 ziehe, top, alles drunter, hm, mh, mh, könnte schon noch besser gehen, ja, ähm, das wüsste man dann halt, aber das ist jetzt für mich eher nicht so wirklich interessant, ja, ähm, aber wie gesagt, kann ja jeder selbst entscheiden, auf jeden Fall mal selbst ausprobieren, ich werde es später auch noch ausprobieren, aber ich, ähm, werde mich da jetzt nicht blamieren hier, und ja gut, da muss ich jetzt kurz einen Cut machen, weil ich muss das Fenster hier ganz nochmal, das ganze Fenster hier nochmal, kleiner, ähm, machen, und, genau, nochmal danke an Sidgi, dass er mir das ganze geschickt hat, und ja, dann bis gleich, jo, da sind wir wieder, und, ja, genau, also, Skilberechener gibt es jetzt, beziehungsweise auch eine Tabelle mit den maximalen Werten der einzelnen Klassen, was Rüstung, Waffenwert und, und so weiter angeht, und, ja, wie gesagt, ich finde es eine coole Sache, ähm, dass es sowas gibt, äh, wirklich notwendig, gut, war es jetzt eigentlich nicht, also, ja, ich bin jetzt nicht jeden Morgen aufgestanden, im PC gegangen, hab mir gedacht, hey, wenn es doch bloß einen Shakespeare, Epic oder Itemberechner geben würde, mit dem ich ausrechnen könnte, was das maximale an, ähm, Werten ist, das ich bei einem Epic bekommen kann, ach, wäre das schön, nicht wirklich, wow, what the fuck, dead crit, einfach fast tot mit einem Schlag, naja, also, wie gesagt, ähm, oh, oh, 0%, oh, oh, alter, nein, das, das hatte ich ja noch nie, also, 1% hatte ich schon mal, aber 0%, wow, 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 wirklich, würde ich endlich mal wieder, äh, ähm, Portal, Portalgegner schaffen, äh, und das hat ja noch 0%, ey, oh, man, das Spiel treut mich ja, naja, genau, also, ich empfehle es noch mal ein, schaut es euch einfach mal selbst an, lest euch da ein bisschen ein, und, ähm, rechnet mal eure Maximalwerte aus, kann auf jeden Fall nicht schaden, das mal zu wissen, vor allem für Pilze natürlich, für Non-Pilze ist es eigentlich komplett uninteressant, weil, die nehmen ja sowieso jedes Epic, das sie bekommen können, von daher interessiert es sich nicht, ob es jetzt theoretisch noch mal 6 Attribute besser sein könnte, wenn sie Glück hätten, ja, von daher, naja, ähm, genau, wir sind auf S1, und es gibt immer noch kein neues Update, also, ich weiß echt nicht, was da los ist, also, ich frage mich so langsam, ob die das Update überhaupt noch ausbringen, weil, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, ich finde es scheiße, wenn man was sagt, es geschieht im März, sondern geschieht es erst Ende März, ja, ich finde da diese Ausdrucksweise kacke, weil kann man gleich sagen Ende März, ja, wenn man sowieso weiß, dass es Ende März ist, ja, weil so wartet man halt am ersten Tag schon drauf, und man weiß Ende, wartet man nicht drauf, dann weiß man Ende März, also fast April, ja, und so finde ich das schon ziemlich behindert, was wir machen, und, ähm, vor allem auch keine einzige Notiz mehr, also gut, muss ich jetzt wieder vorher sagen, bevor mich irgendjemand anflamet, ich habe heute noch nicht ins Forum geschaut, aber, da letzte Woche nichts drin war, wird wohl jetzt immer noch nichts drin sein, hätte mir bestimmt jemand geschrieben, wenn es irgendwas Neues geben würde, weil ich, meine, da wird es die letzten drei Folgen hier drüber geredet, ungefähr, gefühlt, und, ja, ja, äh, das ist ja die Frage, wann, ähm, kommt das Ganze jetzt, also, gut, sehnsüchtig warten, wie gesagt, tue ich nicht drauf, aber, das ist dem, lol, ja, erstmal ein Raid starten hier, ähm, dem Unausweichlichen kann man sowieso nicht ausweichen, von daher soll es jetzt einfach kommen, und wir schauen uns das Ganze an, wenn es scheiße ist, dann lassen wir es Shakespeare wissen, beziehungsweise Supplier, und dann werden die das schon wissen, ähm, kann aber natürlich auch sein, dass es sich jetzt einfach verzögert, oder die die Zeit falsch eingeschätzt haben, oder dass sie jetzt so heftig an dem Update arbeiten, ja, also so fleißige Bienchen geworden sind, dass sie einfach vergessen, uns darüber zu informieren, dass es eventuell länger dauern wird, oder dass es noch nicht ganz fertig ist, dass sie sich dafür entschuldigen, dass es noch nicht gekommen ist, oder so, hm, wer weiß, wer weiß, jetzt verliere ich eigentlich gerade alle Kämpfe, was ist denn da los, das kann ja auch nicht angehen hier, naja, ja genau, ansonsten, Wochenende war Pilz, sie werden es kaum keine Folge, ja, ich wusste einfach nicht, was ich jetzt noch zeigen soll, so wirklich, äh, Char-Bewertung von Sidgis Char S31, was glaube ich, mache ich wahrscheinlich erst nächste Woche, ähm, da ja heute noch das mit dem, ähm, Skilberechner dabei war, ne, habe ich zumindest mal ja ein bisschen was zum drüber labern gehabt, und so, ja, aber, also langsam gehen mir hier echt die Ideen aus, das Problem habe ich jetzt aber momentan, fast überall, dass mir jetzt langsam die Ideen echt überall ausgehen, also wirklich, bei jedem einzelnen Projekt, das ich gerade so am Laufen habe, gehen mir die Ideen aus, was ich noch machen muss, FLYFE habe ich bei 300 Folgen, mit Zusatzvideos, nicht eingerechnet, ja, das heißt, ich habe schon weit über 300 Videos von FLYFE gemacht, und so langsam, ja, weiß man nicht mehr, was man so jeden Tag so erzählen kann, ne, und zeigen kann vor allem auch, ja, weil es soll ja auch interessant bleiben, und, äh, das Problem ist halt, bei Shakespeare ist gut schon länger, aber so langsam habe ich halt wirklich null, wirklich null, gar keine Ideen mehr, vor allem hier kann man auch nicht einfach mal so schnell irgendwas machen, so, ja, keine Ahnung, hey, das mögen mit jemand anderem zusammenzocken, und dann irgendwie einen fetten Boss oder so legen, gestaltet sich in einem Browserspiel recht schlieb, schwierig, weil es hier keine Open World sozusagen gibt, also man kann ja nichts machen, also man kann ja immer nur das gleiche machen, deswegen ist es auf Dauer schon schwierig, da immer neuen Stuff zu präsentieren, außer man casht halt jede Woche neu rein, oder jeden Monat, aber, naja, ich meine, dann kann ich auch gleich das Geld einfach verschenken, und sagen, hey, klickt meine anderen Videos an, statt Shakespeare Videos zu machen, ja, ich meine, so in dem Sinn, also, da kauft man sich ja sozusagen dann die, die Aufmerksamkeit, und die Klicks, und, ähm, ja, gut, das kann ein Darkies World machen, aber, ich mache das nicht, vor allem, weil ich das Geld auch nicht mehr hätte, und selbst wenn ich es hätte, ja, weil, stimmt gar nicht, ja, wenn ich es hätte, würde ich es wahrscheinlich nicht reinhauen, also, ja, wenn ich jetzt eine Million im Lotter gewinnen würde, keine Ahnung, würde ich wahrscheinlich schon 50.000 einfach mal so in Spiele hauen, ja, ich meine, YOLO und so, ja, ja, neues Haus kaufen, Auto kaufen, 300.000 weg bunkern, und einfach mal 50.000 hier reinballern, ja, kann man schon mal machen, ne, ja, ich meine, wieso nicht, ne, kann man ja echt mal reinziehen, also, würde ich wahrscheinlich dann einfach bei einer Pilzaktion, ja, würde ich wahrscheinlich sogar noch auf eine Pilzaktion warten, ne, ich glaube, das wäre mir dann, das wäre mir dann, glaube ich, tatsächlich egal, also, da würde sogar ich, alter Geilzeits echt mal sagen, ne, scheiß drauf, ich lade auch ohne Pilzaktion auf, außer es ist jetzt irgendwie einen Tag davor, dann würde ich warten, aber, ja, würde ich wahrscheinlich einfach überall für 500 Ocken hier 15.000 Pilze aufladen, dann einfach nur der Hardcore-Spieler des Jahrtausends werden, aber, das ist leider nur ein Traum, vor allem, ich spiele nicht mal Lotto, da müsste man da erstmal mitmachen, um da irgendwie was zu gewinnen, das sind ja die lustigsten Leute, die sich es immer so ausmalen, ja, wenn ich nur im Lotto gewinnen würde, und dann spielen sie nicht mal Lotto, ja, ich meine, wenn du gewinnen willst, musst du auch spielen, ich meine, wenn du nicht spielst, dann brauchst du nicht sagen, ja, wenn ich gewinnen würde, du spielst nicht, du kannst nicht gewinnen, also, ja, das ist eh total behindert, und, ja, genau, der Kerl hatte gerade einen Goldrahmen, was geht denn eigentlich mit dem hier ab, ja, warte, das ist jetzt der hier, oder, das finde ich ihn nicht mehr, doch, der hier, Brechreiz, sieht man auch sehr, sehr wenige Leute mit dem Goldrahmen, ne, ah, den könnte man, oh yes, den könnte man sich beikaufen, den haben echt ultra wenige, den Goldrahmen, das ist auch so ein, irgendwie so ein, Ding gewesen, das ist auch so ultra unnötig, einfach nur, also, ich meine, das Ding heißt ja schon rundum sinnlos, aber, ja, wirklich, das ist ja absoluter Bullshit eigentlich gewesen, ich weiß gar nicht mehr, warum haben sie das eigentlich gemacht, das haben sie nie gesagt, oder, weiß das irgendjemand, also, das war auch so ein harter Move zum Tröllern, ja, da haben die Kerle sich auch einfach nur gedacht, hey, womit können wir gleichzeitig Geld verdienen, und die Leute so richtig fett verarschen, ja, und dann haben sie sich gedacht, machen wir einen goldenen Rahmen für tausend Pilze, und haben sich so richtig dämlich einen reingegrinst, bin ich mir ziemlich sicher, dass es so abgespielt ist, dass sich das so abgespielt hat, na, könnte man jetzt so im Kopf nachspielen, habe ich auch gerade, kommt mir sehr realistisch vor, ich kenne zwar niemanden von den Entwicklern, aber, könnt mir schon vorstellen, oder, was heißt Entwickler, müssen ja nicht mehr Entwickler sein, die Typen, die Entwickler sind ja nur, dass die das schreiben, die Typen, wo das Konzept vorgeben, das müssen ja nicht immer unbedingt die Entwickler sein, äh, genau, also, ja, richtig, fiese, Hunde, so, ähm, genau, Bekundschaft, da war 10.000 das Maximum, ne, ja, genau, hier bin ich auch drüber, ups, genau, 12.000, ja, oh, hier habe ich es ja perfekt getrunken, auf 20.056, ich bin 56 drüber, also, perfekt im Endeffekt, fast perfekt getroffen, ja, echt nice, so, hier war ich noch nicht fertig, ne, genau, seine Pestilenz, okay, der ist auch nicht schlecht, seine Pestilenz, ne, lol, wie man auf diese Namen nur kommt, holy shit, ich, für mich wäre sowas nichts, also, ich, ähm, ich hätte zwar, glaube ich, gute Ideen, aber sowas wie Namen erfinden, hm, ich weiß nicht, also gut, vielleicht so ein paar würden schon gut von der Hand gehen, aber ich meine, 100 Turmgegner, 50, ja, ne, es sind ja sogar mehr, äh, 100 Dämonengegner, also 50 Solo, 50 Gedenportal, ähm, ja, also, da würde mir schon, spätestens nach 20, würde mir, glaube ich, fette Ideen ausgehen, allein schon vom Aussehen her, aber dann auch noch von den Namen, also, du musst die Scheiße ja auch noch richtig lustig benennen, oder, ja, gut, das heißt richtig lustig, aber halt, halbwegs idiotisch halt, ich glaube, da wird mir echt nach, keine Ahnung, maximal würde ich 20 packen, ich glaube, dann hätte ich, dann wäre mein Hirn einfach leer gesaugt, also, ich weiß, ich will auch gar nicht wissen, wie lange die dafür gebraucht haben, wahrscheinlich, wahrscheinlich haben die die Updates teilweise schon fertig gehabt, bevor das Spiel überhaupt offiziell, sozusagen, aus der Beta gekommen ist, also, offiziell gestartet ist, sozusagen, wir hatten die wahrscheinlich schon die ersten vier Updates, so, durchgesprochen und geplant, nur noch nicht umgesetzt, und ich könnte mir echt vorstellen, dass die an sowas wie dem Dämonenportal jetzt echt schon, sitzen, seit der Turm rausgekommen ist, oder so, einfach nur, weil es so lange gedauert, ähm, sich das Ganze, das Konzept, nicht zu überlegen, das geht schnell, aber das Ganze dann auch umzusetzen, das kann ich mir schon vorstellen, dass das lange dauert, gut, ja, seit Start des Turms, so lang vielleicht jetzt auch nicht, aber auf jeden Fall, boah, Minimum ein halbes Jahr, ich meine, ein halbes Jahr, vor einem halben Jahr haben sie es ja angekündigt, das neue Update, oder? Wann haben sie es angekündigt? Im Dezember, glaube ich, oder im November oder Dezember, eins von beiden, das ist ja fast ein halbes Jahr her jetzt, mittlerweile, von daher, jo, also, da könnte ich mir schon vorstellen, dass die da schon ewig dran sitzen, ähm, ah ne, Schwachsinn im Dezember, das ist letztes Jahr angekündigt, wann war Dämonenportal nochmal? Boah, ich weiß es gar nicht mehr, zu lange her einfach, ach, schade, der Crash-Test-Dummy macht mich fertig, also ein Behinder-Kopf, hey, hey, was ist denn hier los? Moment, zweimal Skain, dann könnte ich mir mein Gold nicht mehr klauen, so, ah, zweimal stärkes Gen hat mich natürlich zum Sieg geführt, ich wusste es, ja, ähm, ja gut, dann sind wir hier fertig, ja, Jan, den Hämmerern, gönnen wir noch einen Versuch, dem alten, ja, der alten Hackfresse, äh, wenig Schaden, ich dem einfach mal, ah gut, aber wahrscheinlich sieht es einfach nur so wenig aus, weil der hat nochmal 8 Millionen Leben mehr, das ist nicht, der macht mir jetzt schon 3,8, 4,2 Millionen, ey, übertreiben, der trifft einfach jeden Schlag, ich mach ihm 800.000, wirklich, wow, der macht mir 4 Millionen, ich mach ihm 800.000, das ist ja unschaffbar, naja, und das bereiße ich noch schön zum Abschluss, einmal winky, winky, und, Tränke sind ausgelaufen, lol, Glückstrank gibt nur 7% Glück, was ist denn das für ein Bullshit, naja, hier noch irgendwas, ah, wobei, ach ja, hier wäre es eigentlich gar nicht mal so schlecht, das zu wissen, wie alt die Epics sind, ja, dafür kann man es natürlich auch benutzen, aber weißt, was der Maximalwert ist, wenn er jetzt beispielsweise bei mir jetzt übertrieben gesagt ist, das ist jetzt nicht reell, 480 wäre ich, ich meine, da müsste ich mir auch Gedanken machen, ähm, soll ich die noch aufheben, ich meine, da wäre ein normales Intentiment schon fast wieder besser, ne, weil normale, normale Einattribute-Items sind eigentlich nie wirklich besser, weil die geben mir nur ein Attribut, beispielsweise jetzt hier, Moment, 568, und die geben insgesamt über 600, ja, und ich meine, gut, Glück kann nur 50% zählen, aber dann gibt es trotzdem immer noch, 280 plus 280 sind 560, ja, tatsächlich, das sind 288, mal 288 sind, ähm, ähm, ne, Schwachsinn, ähm, das sind ja viel mehr, Moment mal, sind, äh, 400, 560, 576, ne, passt schon, ja, ja, ich habe mir gerade im Kopf irgendwie die Scheiße ausgerechnet, ne, ne, 576, und dann, selbst wenn man Glück nur 50% zählt, also sozusagen nur 144, wären schon weit, weit über 100 mehr, ja, als die hier bringen, und dementsprechend ist das eigentlich immer, ja, oder fast immer, sagen wir es mal so, besser, ja, als ein, ein Attributiges Epic, außer man braucht es für einen Dungeon, weil man beispielsweise als Krieger gegen einen anderen Krieger antritt und einfach zu wenig Stärke hat, und eben keinen Schaden macht, dann macht es natürlich Sinn, aber jetzt so an sich eigentlich ist es schon immer klüger Epics zu haben, auch wenn sie sehr schlecht sind, außer wenn sie ultra schlecht sind, dann ist es wieder ein Unterschied, aber das ist eigentlich nur am Anfang so, dass die einfach mal ultra schlecht sind, später geht es eigentlich gar nicht mehr, weil wenn du mit 318 Epic hast, kannst du auch immer noch mit 325 und 3 Orange Stufen später tragen, also es ist vielleicht um 40, 50, 60 Attribute schlechter, aber, naja, wow, davon kannst du jetzt auch nichts kaufen, ja, Jan werde ich dadurch auch nicht schaffen, wenn ich hier einfach mal 50 Stärke mehr hätte, da müsste schon einiges 500er, im 500er Bereich dazukommen, also, naja, dann haben wir hier den Kinnenbart, König Kinnenbart, oh, 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 sehr schön, da hat der Kriegermorden nicht vorgelegt, neues, oh, eine sehr schöne neue Waffe, da probieren wir gleich noch einen, oh, schade, ist auch ein Gegner, lol, wie soll ich jetzt was zum Sammler bekommen, what the fuck, hatte ich die Waffe nicht im Sammler, oder was, lol, naja, egal, ja, Skiberechner, cooles Tool, kann man auf jeden Fall mal lassen, aber das überschattet natürlich nur geringfügig, ähm, die Tatsache, dass das Update immer noch nicht da ist, liebes Shakespeare Team, liebes Playa Team, wo bleibt mein Update, wo bleibt mein Update, ich will ja hier niemandem drohen oder so, aber ich spreche euch um, ähm, was, was, nein, ich habe nichts gesagt, ähm, na, wie gesagt, so stringend will ich das Update gar nicht haben, egal, ähm, ich bedanke mich fürs Zusehen, und, ähm, ja, würde sagen, macht's gut, haut's rein, ich weiß ja nicht, ob am Wochenende eine Folge kommt, das muss ich mal gucken, ja, weil wenn es wieder so ist wie letztes Wochenende, dann mache ich lieber wieder unter der Woche die Folge, warte aufs Update, das eben nicht kommen wird, und dann rege ich mich drüber auf, und ja, gut, dann würde ich sagen, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, wenn auch immer das sein wird, und ciao, ciao. Das geht's mal. ! Super. Super.